herzlich willkommen zu einer weiteren geld verdienen folge hier in maisplus mit auf der hof bergmann oder ich besser sagen ja hier auch der hof bergmann mit maisplus ab jetzt erst mal vorläufig in einem neuen format nämlich in etwas geringere auflösung denn in 4k frauen nur sehr wenige die videos und deswegen habe ich die auflösung jetzt etwas aber bevor wir jetzt hier wieder geld verdienen brauchen wir erst mal einen neuen holz anhänger denn in dieser folge will ich mit euch holz machen und wir werden uns dafür einen neuen holz anhänger kaufen welchen ja den holz anhänger von kenny der kann zwar keine er kann zwar keine von diesen nicht vollernterbäumen laden aber hauptsächlich werden wir sowieso nur noch vollernterbäume fällen auch die die wir jetzt gepflanzt haben sind vollernterbäume und sollten wir mal wieder die anderen sachen fällen weil uns irgendein baum im weg steht dann schmeißen wir die einfachen starken bauern hinten in den auf den strautmann und fahren den damit damit ändert sich natürlich auch wie wir bäume fällen denn der kleine von kenny ist ja schon für zwölf meter stämme dementsprechend werden wir ab jetzt in so wie ich das schon in den auf den anderen karten gemacht haben wir werden elf meter stämme schneiden und die entsprechend lagen so dafür brauchen wir bei den gibt es für zwölf meter 15 meter und 20 meter wir nehmen den zwölf meter elf meter passt ganz gut weil die ausgewachsenen bäume haben ja 34 meter und somit dreimal elf meter wenn sie die großen sind mit oder ohne zug mal nehmen wir ohne zug maul und wir mieten uns den jetzt erstmal wir wollen ja gucken ob er funktioniert dafür brauchen wir dann aber auch einen dolly wenn wir den hinten an anhängen wollen dafür glaubt sich dafür gab es eine extra kategorie wir nehmen uns hier noch so noch so ein dolly da wir den aber sonst auch nicht brauchen außer dafür mieten wir uns den auch ja mit dolly rückwärts fahren oder so oder er halt mit mit gelenk rückwärts fahren ist doch aber ich hoffe dass ich alles nur vorwärts fahren kann wenn das ganze funktioniert kann man ja immer noch über einen lkw nachdenken und fast lkw kann man ja dann machen und wenn wir die dann haben dann können wir zum beispiel auch über ein großes milch fass nachdenken wir mit milch transport zum oben zum nicht zur molkerei wenn wir dann mehr milch haben als wir sowieso als wir überhaupt an käse herstellen ja dass das ziel für den jetzigen stream ist ob es ist erst mal von außen gucken wie sich das ding hier am fahren verhält ist es die eigene holz produktion wieder zum laufen zu bringen für die sachen die wir benötigen mit wie ist das noch für die baustelle die braucht ja auch ein paar tage baut über die dann hoffentlich im stream erst mal müssen wir jetzt einiges an holz fällen wir brauchen der war zum ausklappen das war hier drauf drücken ist aber ein bisschen ein bisschen nah dran schon steckt der peter tauchel wieder zu ich wollte umstellen ob elf meter kann natürlich sein dass das bei den bäumen die hier stehen nicht ganz so toll ist und auch ein paar kürzere stücke rauskommen aber das ist mir erst mal egal ich würde sagen die schneiden einfach zu anderen seiten nachher nicht alle so kreuz und quer das ist ja schon zu weit ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt hat er sich abgeschaltet. Das ist quasi die Anzeige für Ich spiele Ball. Jetzt gucken wir mal, dass wir damit unser Sägewerk wieder zum Laufen bringen. 28 Holzstämme haben wir geladen. Die sind jetzt ein bisschen länger wie vorher. Und gefühlt, meine ich, sind da jetzt auch mehr drauf. Gucken wir mal, ob sich die Engine wirklich besser verbessert hat. Wir halten das mal kurz an. Wir lösen die Spanngurte und gucken, ob hier irgendwas zuckt. Nicht wirklich gezuckt, würde ich sagen. Aber der Gewicht hat der Traktor schon zu kämpfen. Und das ist auch okay so. Aus Aufnahmesicht ist morgen wieder Stream. Und am Stream-Abend habe ich vor, die Baustelle zu bauen. Ansonsten wüsste ich gar nicht, was wir sonst noch machen sollten. Dad? Wir kommen noch mal. Alles gut? Wälder? 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 jetzt bekommen wir wie gut er hier über fährt ja geht so mit drücken ist bestimmt besser aber geht so buddha ist voll die buddha ist voll ja ja Ja, das sind so einige Tonnen. Ein 17,6 Tonnen Holz. Ein 18,6 Tonnen Holz. Ein 18,6 Tonnen Holz. Ein 18,6 Tonnen Holz. Passte gar nicht alles rein. Schon mal sehr schön. Immer die ersten Stämme schon zum Verkauf. Ein 18,6 Tonnen Holz. Servus. 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 So, was wir haben wollten, waren Bretter lang und Holzstamm abgelenkt. Also Holzstamm. Oh, wo hat er denn? Servus. Wo hat er denn hin gebracht? Denn hier drin sind sie ja nicht mehr. Sie müssen also jetzt hier irgendwo rumstehen. Ah, hier. Holzstamm abgelenkt. Zwei Stück. Das Ding hier. So, hier haben wir auch einen Gabelstapler. Wunderbar. Das ist ja schon mal praktisch. Und hier haben wir die drei Sachen, die wir so brauchen. Wir brauchen halt noch ein bisschen was von. Aber wie ich angenommen habe, hier sind, das sind tausende Paletten. Das heißt, bis zur 4.000 bis zum nächsten ist es nicht mehr weit. So, die Butterherstellung ist voll. Dann müssen wir erstmal schnell hinspringen. Und was gegen tun. Und da sind so Katzungen drin. 251 50 schlitter ihren güter an ich war es noch nicht drin ach so mit 250 liter darin fängt er ist gar nicht an oder was ist aber interessant das ja mal weil weil laut butter trommel status kein platz der platz hat sich gemerkt da können wir neue putter hinbringen jetzt stört ja nicht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen jetzt darauf achten, wann wir hier von den Brettern und den Holzstämmen jeweils die dritte haben. Dann können wir das Holz abgelenkt, nämlich abschalten. Dann bringen wir das Holz abgelenkt eigentlich, weil die verbrauchen eine ganze Menge und bringen nicht wirklich viel. Wobei ich das wirtschaftlich noch nicht durchgerechnet habe, in welcher Form wir denn im Sägewerk am besten verdienen können. Aber wenn die beiden fertig sind, dann können wir die anderen quasi noch dazu schalten. Beziehungsweise erstmal ausrechnen, was denn wirtschaftlich das Sinnvollste ist. So, wenn mich der Holzautoload von Kenny hier überzeugt, dann ist es folgendermaßen, dann verschwindet der andere Autoload-Anhänger. Und mit diesem dann auch der Universal Autoload. Denn nur dafür haben wir den näheren Momentraum. So, Holz gefällt haben wir so ungefähr 20 Minuten. Abzüglich der Zeit, die wir gebraucht haben, um den Anhänger zu holen. Durch das Schneiden von 11 Meter Stämmen werden die Anzahl der Stämme natürlich weniger. Durch den höheren Lkw wird da auch mehr drauf gestapelt. Ich denke, wir sollten auch nachher dran denken, uns hier oben eine Hütte hinzusetzen. Und dann in die Momentraum ist es wieder ein Amen. Und dann können wir den Hütte hinzusetzen. Und dann denke ich auf den Ölp Huawei. Und dann kann ich es wieder Anfang nehmen. Und dann wird das ganze Zeit. Dann können wir das Ganze wiederholen. Und dann kann ich etwas näher dann machen. Und dann können wir das Ganze trainieren. Und dann können wir das Ganze noch nicht developer machen. Und dann können wir das Ganze sein. Und dann können wir das Ganze ein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich denke, die haben uns jetzt verdient, oder? Was hat die Produktion? Ja, sollten jetzt drei sein. Servus. Schalten wir die jetzt erst mal ab. So, hier machen wir aus 5, 1, hier machen wir aus 5, 8, hier machen wir aus 5, 10. Hier machen wir auch aus 5, 10. Na, dann schauen wir uns hier rein. Wo sind denn die Bretter? Da sind hier oben bei Vanilla dabei stehen. Hier, Bretter, kurz 3, 9, lang 4, 8. Da machen wir also schon mal Plus mit. Oh, Balken sogar 6. Ja. Und die anderen können wir gar nicht verkaufen. Die Frage ist, ist das eine parallele Produktion? Oder nicht? Das sieht man ja hier leider nicht. Ich denke, aber auch die 48.000, die hier stehen, ist ein Fehler. Also wir machen jetzt hier mal Bretter und dann gucken wir mal in Produktionsübersicht. Holz, 72.000 pro Monat. Und wir stellen dafür dann 48.000 Bretter her. Das ist schon eine ganze Menge, ne? 58.000 Bretter pro Monat. Schauen wir mal hier. Stumpenfräse. So, was haben wir denn hier an Forsttechnik? So, das ist eine Mulchfräse, die Mulch auch gleichzeitig den Boden, das wollen wir nicht. So, das hier ist der Klassiker. Mal gucken, ob wir hier noch was anderes haben. Ah, hier im kleinen Forsttrack ist die hier ohne Pflügen drin. Die würde ich ja dann gerne mal ausprobieren, in dem Fall. Anstatt dieses Einsägen-Ding hier. Das ist nämlich relativ kompliziert zu nutzen. Deswegen hoffe ich, dass die hier besser zu nutzen ist. Und die gehen wir jetzt quasi auf den Rückweg. Abholen. Und dann benutzen wir die auch. Wenn wir das Ding 70.000 Holz pro Monat durchjagt, das sind dann quasi, ja, bei voller Anhänger, ne? Wir hatten ja eben im Anhänger, im ersten Anhänger noch was drin. Also zwei volle Anhänger durchjagt. Wo kann ich das nicht hiermit überprüfen? Der sagt mir jetzt hier 72.000. Und wenn ich jetzt zwei davon abschalte, sagte mir 24.000. Also ich weiß gar nicht, ob ich das mit der geteilten Produktion berücksichtigt hatte. Ich meine aber ja. Das heißt, es dürfte theoretisch keine geteilte Produktion sein. Ja, mit dem Anhänger hinten dran müssen wir ja problemlos beim Händler die Fräse schon holen können. Dann fräsen wir das heute noch, was wir schon freigelegt haben. Das kleine Postpack, wo die Fräse ohne Fliegen drin ist, ist natürlich dann auch, wenn ihr das hier auf YouTube seht, schon in meiner Modliste. Da steht sie, das gute Stück. Rausholen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ist die eigentlich für vorne dran zu betreiben. Oder für hinten dran zu betreiben. Oder für hinten dran zu betreiben. Ich stehe natürlich auch da oben drin. Ich stehe natürlich auch da oben drin. Da habe ich wohl an der falschen Stelle den Huch gedrückt. Ich habe da gerade noch so eine Schnapsidee. in der Waldrag könnte mal repariert werden. Ja. 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 Ich muss jetzt schon sagen, ich bin von dem, der längeren Ladefläche und vor allen Dingen mit dem besseren Ladevorgang, mit dem von Kenny mal wieder sowas von zufrieden, dass ich wohl den anderen auch kaum, beziehungsweise den hat man nur gemietet. Den können wir dann erstmal jetzt zurückgeben. So, dann machen wir jetzt hier mal, weil wir hier das ganze Grünzeug, wollen wir ja stehen lassen. vergessen. Okay. Wils relocate den Huchan. okay er pflügt er pflügt tatsächlich nicht komisches geräusch ok dann ich bin mir die damit auch weg sehr schön die hört angeblich nicht uns es wird auch nicht so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. So, ich würde sagen, das sind noch drei Stück, die man aber oberirdisch gar nicht sieht. So, ich würde sagen, das Ding steht gut da, ihr könnt es auch hier sehen, sehr schön, ja, dann haben wir heute unser Sägewerk wieder in Betrieb genommen, wir haben theoretisch unsere drei, unsere drei Teile, die wir hier brauchen, das heißt, die müssen wir nur noch abholen und liefern, das ist auch schon mal sehr schön, die Dinger werde ich wohl nicht dafür benutzen, und den Tandemanhänger, den können wir dann wieder weg tun, weil wir haben jetzt hier den Timberrunner und den Lizard Tandemanhänger aus dem Multi-Anhänger Pack könnten wir jetzt für 12.000 kaufen, aber wir geben ihn zurück und dann wird der Mod verschwinden, mit dem auch der Universal Autonom braucht man nicht mehr. So, ich sehe, schon wieder über eine Stunde geworden, weil wir noch mit der Fräse gemacht haben, soll aber jetzt auch reichen und, ja, Vollernter muss ich dann mal testen, würde ich sagen. Ich danke fürs Reinschalten, schalte ich ja beim nächsten Mal wieder rein, bis dann und tschüss.